Hallo, mein Name ist Olaf Preiß, ich bin Illustrator und unterrichte das Karikatur- und Porträtzeichnen, zu dem ich euch herzlich einladen möchte. Wir werden sehr viel zeichnen, es macht unheimlich viel Spaß und dabei werde ich euch erklären, wie so ein Kopf aufgebaut ist, wie das Ganze funktioniert mit Proportionen und Perspektive und wie wir dann zu einem wunderschönen Endergebnis kommen, damit ihr alle mit reichlich Karikaturen nach Hause gehen könnt. Das Ganze unterrichte ich sowohl in Lengerich als auch Lüdinghausen, also flugs mal online nachgeschaut, wann das nächste Angebot läuft und anmelden. Ich warte auf euch. Ich warte auf euch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020